Musik Hi, hi! So, wir sind unterwegs. Wir waren gerade einkaufen, der Luis und ich. Und hier an dem einen Einkaufscenter haben wir einen Obdachlosen entdeckt, der ganz gut einen Schlafsack gebrauchen kann. Und der hat auch noch zwei Kumpels, die freuen sich da auch drüber. Und deshalb gehen wir jetzt da rüber und geben mal vier von den Schlafsacken, die ihr ja in Anführungszeichen gespendet habt, gehen wir jetzt ab. Und weil wir es kurz vor Ostern haben, werde ich ihm noch 10 Euro in die Hand drücken. Da kann er sich mal was gescheites zu essen und zu trinken holen. Ich werde das jetzt nicht weiter großartig filmen. Ich zeige euch jetzt nur gleich mal kurz, wo er ungefähr sitzt. Und dann mache ich das Video wieder aus, weil ich einfach die Privatsphäre respektieren will. Ich möchte nicht, dass er sich dann irgendwie blöd vorkommt, wenn ich das filme. Und deshalb zeige ich euch das jetzt auch nur mal ganz kurz. Jetzt darfst du ruhig über die Straße gehen. Warten. Und zwar, ich drehe mich jetzt mal kurz rum, dann kann man das im Hintergrund nämlich sehen. Hier hinten sieht man sie sitzen. Wir werden das mit einem Pfeil markieren. In dieser Reihe rein wbaren das war. Ich in der Europa helfen. Ihr könnt� лег eu nie zu. Nämlichcing вик después her, da ist einem W telefon weil ich die Nezart-Pirche. Dann geht einfach offen. Jo俊 deutlich auf. Ich erwarte sie nur hin und so. Ich möchte einfach ihn aus reizigern. Bis zum nächsten Mal.